Das Ziel im Visier. Nach BMW und Audi präsentiert auch Mercedes-Benz den Fahrerkader für die bevorstehende DTM-Saison und macht das 23-köpfige Starterfeld komplett. Sieben Piloten gehen 2014 für die Stuttgarter an den Start. Im Rahmen der traditionellen Fitnesswoche im österreichischen Seefeld geben die Schwaben ihre Mannschaft bekannt. Darin ist kein Platz mehr für Roberto Meri als Stammpilot. Der Spanier ist zwar bei den Saisonvorbereitungen im Tirol dabei, muss sein DTM-Cockpit jedoch nach zwei Jahren räumen. Wir hatten gute und schlechte Zeiten. Es ist nicht einfach, einen Platz in einem DTM-Cockpit zu bekommen. Letztes Jahr wollte ich bessere Ergebnisse erzielen. Im Rennen war ich meistens konkurrenzfähig, aber in der Qualifikation lief es nicht. Ich bin sehr oft von den hinteren Plätzen gestartet und von da ist es natürlich schwer, nach vorne zu fahren. In 20 DTM-Rennen sammelte Meri 26 Punkte. Höhepunkt? Der zweite Platz beim Saisonfinale in Hockenheim 2013. Man hat gesehen, dass er beim letzten Rennen wirklich sehr schnell war. Ich denke, da konnte er wirklich nochmal zeigen, wie gut er eigentlich wirklich ist. Und er ist ja immer noch ein Teil von uns und auch jetzt ist er dabei und steht uns noch zur Seite, unterstützt uns. Unterstützen wird der 22-Jährige die Sieben-Einsatzfahrer als Testpilot bei der Entwicklungsarbeit mit dem DTM-Mercedes-AMG C Coupé. Lange wurde spekuliert. Werden es sechs oder acht Fahrer? Die Antwort liegt dazwischen. Die Sieben von Mercedes-Benz. Ein schlagkräftiges Team. Gary Paffitt, der Routinier. Champion 2005. Hat schon mehr als 100 DTM-Rennen für Mercedes-Benz absolviert. Paul D'Resta. Der Rückkehrer. Holte 2010 den bislang letzten DTM-Titel für die Stuttgarter und kehrt nach drei Jahren in der Formel 1 zurück in die DTM. Vitali Petrov. Der Neue. Ehemaliger Formel-1-Pilot und erster Russe in der populärsten internationalen Tourenwagen-Serie. Christian Vittoris und Robert Wickens. Die Punktesammler 2013. Mit den Plätzen vier und fünf die Speerspitzen von Mercedes-Benz in der vorigen Saison. Pascal Wehrlein und Daniel Junkadeja. Die jungen Wilden. Feuertaufe im Ruki-Jahr bestanden, Form aufsteigend. Das Ziel im Visier. Die Sieben von Mercedes-Benz. Eine Mischung aus Erfahrung und Jugend, die im Titelkampf 2014 für einige Volltreffer sorgen will.